Kannst du kommen, wenn du was willst? Was denn? Was du brauchst denn? Was denn? Zeig's mir! Sag's mir! Das Gepsel, das du gerade gehört hast, das war der Satz von mir an dich. Moment, ich zeig dir was. Und du schreibst gerade okay. Wann sowas ist, zeig's mir mal. Ist du raus oder hast du Hunger? Willst du Futter? Was denn? Was denn, was denn, was denn? Ah, Futter. Hunger. Alles klar. Ja, 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 ja. Was ist das getapsel? Der Balou steht sofort auf. Der ist sofort dabei. Aber jetzt sieht er, dass ich die Kamera in der Hand hab und die fürchtet er wie die Peste, haut er ab. Und mein Mini. Yeah. Moment, mach mal heller. Ja. Balou, komm. Füttern. Komm. Komm, stimmt, ich mach's mal. Oh, ich bin schnell vorbei. Äh. Ja. Jetzt weiß ich aber auch nicht, wie ich das mach. Ich kann jetzt gleichzeitig füttern und die Kamera halten. Guck mal, da ist er. Siehste? Drei. Wo ist denn der dritte? Ah, da ist er. Guck mal uns Mini. Ich garantiere, der pinkelt wieder irgendwo hin. Bleib mal. Bleib mal stehen. Mini, bleib doch mal stehen. Nicht pinkeln. Na, verstehen bleiben. Das ist dein größter Fan. Ich mach das Video grad für deinen größten Fan. Weißt du, siehst den Bonsai? Und da den Balou. Na, guck dir mal an. Obwohl die wissen, dass es jetzt Futter gibt, wo er Futter geben wird, sind die ganz ruhig. Die warten einfach geduldig. Die wissen ja, irgendwann gibt's was. So. Da. Ähm. Ja. Das hat irgendwie keinen Durcht. Also mit der Kamera kann ich das nicht. Aber du siehst jetzt, wie ruhig die sind. Du hast jetzt einen Eindruck davon. Oh, ich zeig dir mal was. Ich zeig dir mal was. Pass auf. Den Bonsai beschützt seit drei Jahren. Jetzt mach ich dem sein Futter. Jetzt wird's ja gleich schwindelisch, weil ich mich da mal drehe. So. Achtung. Balou, ich seh deinen Schwänzel. Ich seh's. Also hab ich schon erwähnt. Balou sieht fast nix. Und hört auch sehr wenig. Aber. Also ich finde ihn einen tollen Hund. Das ist nicht 0815. Nicht für jeden geeignet. Bonsai. Komm ins Zimmer. So. Pass sie jetzt auf. Ruhig. Ruhig. Feine. Ja. Feine. Ja. Geh dran. Dessertziehung, wa? Am Anfang hat er mal den Napf zerrissen. So. Jetzt gehen wir zum Mini. Der kotzt heute schon den ganzen Tag. Eigentlich geh ich schon durch voll, dass es schlecht wird. Dem mag ich gar nix geben. So. Und da ist mein Balou-Boy. Balou willst du einen Apfel? Zur Überbrückung. Komm mein Süßer. Komm. Willste oder willst du ihn? Ja, jetzt kommt er unter dem Stuhl vor. Mach nicht so ein Theater. Watsch, mach dir Licht. Komm Süßer. Komm. Halt. Komm Süßer. Und auch der setzt sich. Auch der wartet geduldig. Aber nicht wieder. Nicht wieder so wild. Ja. Guten Appetit. Mini geh weg. Mini bleib weg vom Balou. Ab Balou, du bist ein Trottel. Die Kamera macht dir nix. Du kannst ruhig. Oh, warte. Ich krieg ich. Ha. Den krieg ich. Pass auf, was er jetzt kriegt. Jetzt kriegt er. So stinkige, widerliche Hunde. Ne, wie heißen die Dinger? Knochen. Das sagen sie ja net gern an. Das sind das schon veganer dann. Ja. Das Zeug stinkt. Komm her Süßer. Komm Süßer. Komm. Komm. Oh, guck mal. Guck mal. Oh, 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 oh. Anständig. Anständig. So, jetzt. Guten Appetit. Lass es dir munten. Du willst mir nicht erzählen, dass das jetzt nicht frisst. Wegen der Dämmchen. Komm her. Oh, du stehst dich echt idiotisch an, hey Kerl. Ich geh raus. Mini komm. Mini komm. Ey, das andere Knochen kriegt. Kriegt er morgen. Oh, das Zeug stinkt. Da wird es das Schlimmste. Ne. Puh. Puh. Pass mal auf. Dein Liebling, wie der jetzt zur Sau wird. Ah, guck mal Mini. Oh. 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 Oh, die benennen sich auch alle Hunde. Ich weiß gar nicht, was los ist. Ich glaub, die sind krank. Die sind echt krank. Hörst du das Gereibe? Das ist der Ballon, der macht an seinem Knochen rum. Mini. Willst du nicht? Was ist denn los mit dir? Quatsch, mach's dir kleiner. Da, versuch's mal jetzt. Ja, jetzt wird's. Jetzt wird da ein Schuh draus. Das war dir zu groß. Da musst du halt abreißen. Er hat ja keine Zähne. Ah, jetzt hat er's kapiert. Der Ballon ist am Stück schlucken, der Trudel. Oh, da gibt's ja sowas. Den einzigen, den du jetzt nicht siehst, weil der ist draußen, ist der Sinti, der Kater vom Bonsai. So. Ist jetzt besser? Ist jetzt gut? Ja? Ah, ich hab ne Idee. Warte mal. Ich hab da so Dinger da an. Ja, jetzt gibt's. Kennst du die? Wunde Zeugbaum? Erzähl mir doch nicht, was ist denn heute los mit dir, Kerl? Komm her. Süßer Mini. Mini. Also das gibt's nicht. Der Hund ist echt krank. Also jetzt ohne Spaß, der Hund ist krank. Weil die frisst ja normal wie gekloppt. Willst du nicht? Ja, jetzt... Jetzt hat er's rausgeschmuckt. Sag mal, Kerl. Willst du das echt nicht? Hm. Ach. Nicht lustig. Nicht lustig. Oh, guck mal, wer da an der Tür ist. Und geil. Ah. Dann muss er was Bar zu machen. Mal zu lang. Wart mal. Hey. Ups. Jetzt hat er mich gesehen. Komm. Mini. Weg ist er. Ja. Hup. Ah, da ist er. Ja, siehst du? Bonsai. Was ist die Gaja? Komm her. Au. Na. Jetzt aber. Gut. Fertig. Na ja, fertig. Au. Ne, Bonsai gibt nichts mehr. Ne. Ah, Knochen. Das kann ich dir noch anbieten. Das ist ein Knochen. Wo bist du? Tipp. Ja. Ah, du bist ein Dusselchen. Nimm ihn mit. Ja. Sehr gut. Und um die Ecke gerannt. Und ab, wo sonst. Im Hundekorb. Ist ja klar. Ja. So. Das war jetzt die Fütterung der Raubtiere. Und ja, es geht immer so ruhig ab. Allerdings, mit Mini mache ich jetzt mal einen Kopf. Also, das lade ich dir jetzt hoch. In einer Stunde oder zwei ist es dann soweit. Ciao. Ciao. Ciao.